Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MeinEcoHof hier in ECO und wir wollten den Re... Willst du mich veräppeln? Wir wollen den Research Table bauen, haben wir mal gerade... Was soll man eben so machen? So kommen wir hier echt von Hölzchen auf Stöckchen. Dauert fünf Minuten, aber wir sind ja einer von einer ganz schnellen Truppe hier, das sollte also ein bisschen schneller gehen. In der Zeit, während das Ding baut, können wir schon mal hier die Fischfallen aufstellen. In der Hoffnung, dass die jetzt ein bisschen besser funktionieren als früher. Tja, und hier ist unser kleiner privater Strand. Schön. Kent Place Blocked. Ist vielleicht zu hoch oder zu niedrig. Ähm... Ähm... Was ist jetzt das? Da kommt das Fisch hier angeschoben. Oh, wir können die hier hinbauen. Put Reuse into Re... Hä? Was ist denn... Was ist das denn? Äh... So, warte mal. Äh... Warte mal. Ja mal. Das geht so nicht. Achso, das sind Otter, keine Filme. Ah, guck mal, wie der da rumschwimmt. Ist das toll. Ähm... Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht. Was ist denn da los? Blocked muss der denn jetzt, weiß Gott, wie tief? Nee, ne? Oh, ist ja blöd. Kent Place hier Blocked. Hm. Ja, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Okay. So, dann könnten wir nämlich mal schauen. Ähm... Was ich als nächstes gerne lernen würde, wäre, wie gesagt, Engineering. Wir gucken mal kurz, was mit unseren Pflanzen ist. Was mache ich denn jetzt mit dem... Hm. Ich bin gerade ratlos. Ich würde ja sagen, ich google das mal schnell. Äh... Äh... Echo Fish Trap Blocked. Hier, wo wir was bei rauskommen. So, ähm... Was ich gucken wollte, mal eben kurz nach dem Gemüse. Ob da schon irgendwas vor sich hingewachsen ist. Weil das Ding ist... Das zählt jetzt eigentlich nur auf Neues. Und wir müssen mal das Wild... Wir müssen mal ein bisschen jagen auch. Ähm... So. Da... Was ist das denn? Das ist... Ich frage einfach nicht. So, wenn ihr jagt, natürlich darauf achten, dass ihr die Böcke schießt und nicht die... Ähm... Hier, die da, ne? Nicht die Muttertiere. Also, das kann es natürlich sein, dass die Junge hat. Und dann... Wäre das natürlich nicht so optimal. Ist das jetzt mit Mining zu tun? So. Ja, das müssen wir machen, damit wir jetzt mal ein bisschen auf unsere Kaloriendinger kommen hier. Weil wir haben eine sehr unausgewogene Ernährung. Das ist, äh... Nicht gut, liebe Kinder. So, hier haben wir ja auch die Böhnchen angepflanzt, ne? Da müsste man dann auch mal gucken. Weiß ich gar nicht mehr wo. Alter, hier sieht's doch aus. Sieht's doch auch so grau und fahl aus. Das hätten wir schon was kaputt gemacht. So, was sagt denn die Google-Suche? Mal eben gucken. Fishtrap kann be placed... Uh-huh. Fishtrap kann be placed in water to catch fish. It must be placed one to three blocks below the surface to work for bitter fish gain. Place it close to seaweed. Getting fish can be... Okay. No issues. Will only catch salmon. Okay. Okay. So, können wir hier... Wir brauchen Protein. Protein brauchen wir und Fett. Das heißt, wenn wir das... Wenn wir den Elch jetzt einmal nur hier durchbraten... Oh, 10 Minuten. Dann kriegen wir zumindest erst mal ein bisschen, was wir auch brauchen. Aber wir brauchen natürlich auch so ein Butchery-Table und so weiter. Also dafür müssen wir auch noch mehr Tiere jagen dann demnächst. So, habe ich hier noch irgendwas, was hier rein kann? Die Kürbisse. So, wir müssen mal mein Inventar so ein bisschen aufräumen. Die Samen. Das machen wir mal so. Und dann würde ich sagen, wir essen mal von jedem eins. Und ihr seht, das ist halt nicht optimal, ne? So, die Campsite. Da packen wir mal das hier wieder rein. Und das hier wieder rein. Das brauchen wir nämlich nicht. Und die Bohnen, ne? Da habe ich echt Angst. So, gibt es hier irgendwelche Known Issues? Do fish traps work? Fragezeichen. Hm. Es ist irgendwie blöd. Würde ich schon gerne haben. Aber gut, jetzt haben wir erst mal hier anderes Fresschen bekommen. So. Das ist das. Dann gucken wir mal, ob der Forschungstisch fertig ist. Sollte er mittlerweile eigentlich. So. Da ist er. Ja gut. Und den stellen wir dann mal direkt hier neben, würde ich sagen, oder? Da ist auch irgendwas kaputt. Ha. Okay. Okay. Basic Engineering. Wir sagen ihm mal erst mal, dass er hier dieses Lager benutzen darf. Und dann stellen wir noch mal ein paar Juneloks her. So, jetzt guckt mal hier. Wir kriegen aus einem Baumstamm jetzt zwei raus mittlerweile. Seht ihr? Also vier, dann vier mal vier. Machen wir mal so. Und das geht auch wahnsinnig schnell. So. Und dann würde ich sagen, Basic Engineering. Basic Engineering. Weil wir wollen ja uns dieses Wegetool und sowas arbeiten und dann die Wegesachen bauen. Und dazu brauchen wir Basic Engineering, glaube ich. Gucken noch mal. Kraftding. Kraftding. Stone Hammer. Wooden Hole. Wooden Hole. Road to Basic Engineering. Einsiehst du? Genau das. Okay. Stell mal. Fünf Minuten. So. Ich gucke noch mal gerade. If you look at the trap, you will notice that one end is bigger than the other. Put the big end facing away from the shoreline. About one to two spaces. Aha. Daran kannst du nicht liegen. So. Da habt ihr auch noch was gelernt jetzt, dieser Vollkummer. Da ist die große Seite. Jetzt drehen wir die mal. Und da steht ja ein bis drei Blocks. Das sollte ja jetzt kein Problem sein. Geht auch nicht. Hm. Ansonsten. Das ist aber doch normales Gewässer hier. Oder kann das dann nur in so einem anderen Gewässer sein? Weiß es halt nicht. Und das ist ja auch die große Seite, ne? Wenn ich den hier platziere, ist das natürlich doof. Can't be placed blocked. Das ist vielleicht von mir geblockt, weil ich zu nah dran bin. Ey, wie die hier rumschwimmen. Auf dem Rücken. Mache Rückenschwimmen. Das ist toll. Äh. Ja. Ha! 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 Okay. Weiß ich, warum das jetzt da geht, aber... Okay. Fischfallen. Fertig. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Ja. Ja. Habt ihr jetzt gesehen, wie das geht? Dann könnt ihr das ja jetzt nachmachen. Gut. Ähm. Holz. Wir brauchen mehr Holz. Holz geht langsam alle. Und ich würde auch gerne jetzt die Bohnenplantagen und so weiter nochmal aufsuchen. Vielleicht dann irgendwann. Ähm. Jetzt haben wir nur das Problem. Was machen wir mit der ganzen Erde? Können aus der Erde natürlich Rampen bauen. Die wir ja auch noch ohne Ende brauchen werden, ne? So ist es ja nicht. Achso, das ist das falsche Stockpile, ne? Wir müssen die Erde hier reinpacken. Jetzt kommt der Tisch nicht da dran. So. Wenn wir da Rampen rausbauen. Ich wüsste nicht, was wir sonst noch aus der Erde machen könnten, aber die Rampen brauchen wir immer. Dann machen wir nochmal... Ein paar Rämpchen. Und dann gehen wir mal kurz in den Wald. Und holen uns neue Bäume. Und schauen mal... Ich wollte nochmal eben kurz... Auch nach dem Gemüse gucken, aber das ist ja auch da oben. Dann kann man mit dem Rot-Tool auch die Wege fertig machen. Und dann wachsen hier auch die Bäume mal schneller nach. Die sollte man dann vielleicht hier... Äh... Ich hab ja Samen dabei, ne? Dann soll man vielleicht hier die Bäume, die wir hier schon gepflanzt haben, einmal kurz rausröppen. Was? Diese Tiere hier, ne? Und durch neue ersetzen, würde ich sagen. Ähm... Was nehmen wir nochmal? Birke, oder? Birke ist die freundliche Pflanze. Weiß ich gar nicht, ob man die jetzt ausgraben muss. Ja, ausgraben. Oh. Oh nein. Jetzt haben wir den Fehler wieder. Hm. Hier ist übrigens der andere Wagen. Gelandet. Wir sprachen ja bereits darüber. Wo ist der? Wo ist denn der Hammer hin? Oh, der geht auch mal kaputt. Müssen wir aufpassen. Birken, Samen. So. Oh, das Crafting-Bug ist fertig. Ja komm, dann lassen wir uns aber trotzdem mal eben mal ein paar Bäumchen holen. Und auch ein paar neue Bäumchen mal eben einpflanzen hier. Oder können wir den, warte mal, können wir den so weg machen? Ja, so geht's. Mit der Axt. Warum ich das mache? Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe die Geschwindigkeiten des Nachwachsens geändert. Und das wird nur auf neu gepflanzte Sachen übertragen, soweit ich weiß. Und in Folge dessen und folgerichtig sollten wir die mal eben austauschen. Das soll ja auch irgendwo, weil wir die Bohnen gepflanzt haben, sowieso aufpassen, dass wir den gepflanzten Bohnen hier nicht dann die Dings entziehen. Hallo Häschen! So. Aber die waren ja nicht hier, ne, oder? Dann lass uns mal den hier fällen. Die scheinen ja auch noch nicht alle reif zu sein. Aber das geht halt nicht, ne? Also dann hätte ich wirklich 7, 14, 1, 2, 8, was weiß ich, 82 Stunden aufnehmen müssen oder so. Äh, 82 Folgen aufnehmen müssen, bis wir zum ersten Mal da irgendwie, äh, weiterkommen. Das wäre, glaube ich, auch nicht in deinem Sinne gewesen. Was ist irgendwie der Musik los? Da ist die Musik weg. Keiner sagt mir das. So. Und dann? Einmal neu gepflanzt. Ja, dann können wir so ein Sägewerk unten an den Fluss machen und dann die Bäume von hier oben darunter schwimmen lassen. So würde man das auch, das hat man jetzt auch viele Jahre, viele, viele Jahre gemacht, ähm, wo man halt auch nicht die Transportmittel hatte, ne? Da wird halt so geguckt, so, wie ist der Fluss, so. Und wir fährt dann eben so ein bisschen mit dem Pferdchen da hinziehen. Was wäre, glaube ich, wenn ich den schon geändert habe, hier? Weil das Latschen, ne, durch dieses Gestrüpp hier, das nervt schon so ein bisschen. Aber gut, was soll's. So. Dann machen wir mal das nächste Zeug hier. Aber im Moment haben wir schon mal zwölf Skillpunkte extra durch unser Haus. Der Hausmultiplikator ist halt noch nicht so groß. Wir haben ja kein Tier 2 Haus und das ist noch gar überhaupt nicht eingerichtet. Und da kommen ja noch so viele Sachen, so viele Sachen dazu. Hier hinten war der Wagen. Aber schön, dass wir jetzt auch schon einen Metallhacker haben. Können wir da ja auch dran weiterarbeiten. So, mal schauen. Kriegen wir auch die ganzen anderen Steine weg. Und ich glaube, das ganze Palpgetöse und so sollte ich eigentlich auch mitnehmen, weil früher oder später werden wir es brauchen. Aber ich wollte hier mal gucken, ob das eine Auswirkung hat, wenn man das liegen lässt. Ob das so als Umweltverschmutzung oder so angesehen wird. Komm, die machen wir eben weg. Können wir da noch unser Essen aufbrauchen. Und ich wollte ja eigentlich noch diesen Riesenbaum zu Ende fällen, ne? Welcher war es? Der hier, ne? Sollen wir eben noch schnell unser Essen zu Ende verbraten? Chop, chop. Ich glaube, da tut sich überhaupt nichts. Ah. Ich weiß es halt nicht. Das macht mich neugierig. So. Ich habe übrigens hier so einen Weg angedeutet, indem ich hier einfach mit dem Beet-Tool drüber gegangen bin. Also mit dem man die Beete mit erstellt. Oh, ich bin fast am Verhungern. Das ist ja nicht gut. Oh, hoffentlich ist unser Elch fertig. Oh, wo sind denn... Nicht, dass hier gleich irgendwie so einen Riesenbaum da auch in unserem Haus spawnt. Oh, jetzt kann ich nur gehen. Ah, ich bin verhungern. Am Verhungern. Aber jetzt können wir zum ersten Mal... Jetzt achtet mal drauf, was das bringt, wenn wir hier auf unsere Gesundheitswerte achten. Wir brauchen also jetzt mehr Protein und Fett, ja? Jetzt essen wir einfach mal Protein und Fett. Guckt euch das an. Wir können ja auch reines Fett essen. Selbst das gibt nochmal ne solche Steigerung. Aber hier alleine schon das verbrannte Fleisch. Das ist, äh... Ich glaube, 80 Punkte mehr, sag ich mal. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ja gut. Was anderes würde ich jetzt noch nicht machen wollen. Dann holen wir mal eben die Bäume ran. Ja, das ist nicht schön, ne? Wenn ich diese ganzen Wurzeln stehen lasse. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal ran. Hä? Hä? Oh. Samen sind weg. Machen wir die hier. Gut. So, dann gucken wir mal, ob wir hier eine Spezialität bekommen haben. Hunter. Oh, ja. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, äh... Bogen verbraucht, wenige Kalorien. Und macht mehr Schaden. Ja, das ist also... Okay, wir können mal wieder was aussuchen. Doubles the Headshot Damage. Es gibt ein Headshot. Was ist denn? Fisherman Hunting. Würde ich, würde ich gerne wissen. Ich habe keine Ahnung, was Headshot sein soll. Man kann es auch nicht mehr ändern übrigens, ne? Also, wenn ihr euch einmal entschieden habt, dann ist es vorbei. Gut, dann schmeißen wir das Tier auch nochmal auf den Grill. Aber wir sollten dann vielleicht auch Butchery lernen, zeitnah. Weil dann können wir natürlich doch viel mehr dann aus den Tieren machen. Und verquasen die sozusagen nicht. Headshot. Wie willst du bei so einem Hasen einen Headshot machen? Hm. So. Gut. Dann haben wir nochmal ein bisschen Holzversorgung. Und dann geht es weiter in die Forschung. Denn... Unser Dings... Unser Buch ist ja fertig. Da können wir direkt mal schauen, dass wir so ein bisschen Ordnung schaffen. Hm. Denn wir müssen ja schauen... Dass wir jetzt irgendwie die Bücher auch unterbringen und so. Dann müssen wir mal ein paar Kisten bauen und so weiter, ne? Sonst mal hier so eine... Hm. Gibt es hier keine Kiste? Dann wollen wir mal ein paar Kisten bauen. Kiste, 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 Kiste. So, weil dann haben wir nämlich hier jetzt das Buch bekommen. Und da brauchen wir immer nur einen... Einen Dingsbums raus. Ja, wir sind im Inventar. Können sie aber noch nicht lernen, weil wir natürlich keinen Skillpunkt frei haben, oder? Geht das schon? Äh, wieso ging das jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir hatten doch keinen Skillpunkt frei. Oder ist das nur, damit wir das überhaupt freischalten können? Das ist nur, damit wir das überhaupt freischalten können. Und dann das Weiterleveln funktioniert da wieder im Skilltree wahrscheinlich. So, das heißt, wir können jetzt auch dieses super Werkzeug bauen hier, oder? Ne, wir müssen da erst... Okay, wir müssen ja erst da die Punkte rein... Klamüsern. Gut, dann bauen wir noch ein paar Bretter, würde ich sagen. Bretter sind immer gut. Und, ähm... Als nächstes, würde ich sagen, dann den Straßenbau-Table. Den brauchen wir auch. Das ist dann der Rain-Ride-Table. So. Und ich gucke mal in den Fischfallen. Einfach mal so. Weil da habe ich jetzt nichts dran rumgefunden. Achso, wir müssen das Tier noch eben wegtun. Da habe ich ja auch, weil wir so eine kleine Esshütte bauen. Weil ich möchte nicht... Dann hast du das Essen. Dann hast du... Ne, also alles durcheinander. Das könnte nervig werden. Was haben wir denn hier noch so? Ne. Da können wir nur direkt draufschmeißen. Oh, ne. So, dir... Ein Elch war das. Okay. Aber leckeren Elch bestellen. Gut. Dann schauen wir mal eben bei den Fischis vorbei. Weil die wären natürlich auch eine sehr, sehr wertvolle Nahrungsquelle. Wieso braucht der Elch jetzt 10 Minuten? So, wir waren ja nicht Fallen. Äh. Angst. Äh. Hier irgendwo, ne? Ne. Sollten wir vielleicht beschriften. Ja. So, dann machen wir eben einen Marker. Einen Marker in die Welt. So, Wegpunkt. Wegpunkt platzieren. Fisch. So, kann man... Ja, man kann reingucken. Man sieht's aber nicht. Take Items from Reuse. Ist aber nix drin. Da ist was drin. Da ist der Fisch. Sehr schön. Und den nehmen wir in der nächsten Folge aus. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.